Um mehr Informationen bitten, eine E-Mail an das Fahrradgeschäft. B2 Brief schreiben. Sie haben die Werbeanzeige von Bike gelesen und interessieren sich für das neue City Bike, da Sie Ihre Einkäufe in Zukunft gern mit dem Fahrrad erledigen möchten. Allerdings haben Sie noch einige Fragen zu dem Fahrrad. Schreiben Sie eine Mail an das Fahrradgeschäft, in der Sie um mehr Informationen bitten. Erklären Sie, warum Sie sich für das Fahrrad interessieren. Fragen Sie nach einer Probefahrt vor Ort. Stellen Sie weitere Fragen über das Fahrrad. Lösung Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe nämlich gar kein Auto und fahre lieber immer Fahrrad. In diesem Sommer möchte ich die Stadt erkunden. Ich bin Naturliebhaber. Ich bin auf Ihre Anzeige gestoßen, als ich nach einem geeigneten Fahrrad für meine Wanderung gesucht habe. Ich bin an Ihrem Produkt interessiert, aber ich habe einige Fragen in Bezug auf die Anzeige. In Ihrer Anzeige haben Sie erwähnt, dass Ihr Fahrrad für Ausflüge in die Natur geeignet ist. Ist es für verschiedene Gelände geeignet? Ich hätte gerne gewusst, ob es eine Probefahrt gibt. Sind mit der Anzeige Sonderaktionen oder Rabatte verbunden? Für mich wäre es wichtig zu wissen, welche einzigartigen Designmerkmale Ihre Fahrräder aufweisen. Für mich ist es sehr wichtig, diese Informationen zu kennen, bevor ich Ihr Fahrrad auswähle, da ich bei meinem letzten Fahrradkauf sehr schlechte Erfahrungen mit dem Reparaturservice gemacht habe. Ich freue mich auf Ihre Vorschläge und ein ausführliches Angebot und bedanke mich im Wohaus für eine zeitnahe Antwort. Mit freundlichen Grüßen!